Den letzten Bollo lassen wir nicht lieben. Das wird ein Eckchen zu Heavy, Schwester. Schnell, wir checken aus. Können Sie das denn bezahlen? Das ist ziemlich teuer. Haben Sie genug Geld dabei? Wie wär's mit Natural jetzt? Hier. Oh, der Gutschein ist abgelaufen. Dann guck in den Ofen. Von mir aus kannst du deine klebrigen Bonchos alleine lutschen. Die kann sich mal gehackt legen. Hey, Slacks, kommt der krasse Sound aus dem Motor? Nö, es vibriert in meiner Mütze. In der selbstgeklöppelten ist immer noch ein Lutschwerk. Na, wo hat sich der Nimmel versteckt? Hol ihn raus. Kuhel! Was ist denn du? Da ist eine Megamann-Figur in der Tüte und das Teil schlucken alle Bombis weg. Auf mit dem Schwarzhaarer! Grüß die Genossen! Sag mal, Geeks, hast du nicht auch mal Megamänner gesemmelt? Ja, aber mit dem Kinderkram habe ich vor ein paar Folgen aufgehört. Nein, denn genau der Megamann hat mir noch gefehlt. Der seltenste von allen. Gelobt sei der Herrgott im Himmel. Halleluja, Halleluja. Du kannst doch nicht so einfach den Megamann für laut tuckern. Der Belong nimmt dich zu uns. Hey, hey, wartet doch, wartet doch. Ich habe jede Menge anderer Megamänner. Wir können doch vielleicht auschen. Nein, deine stinken nach Maggi. Auf wen hält der sich eigentlich? Gibt's schon komische Vögel? Diese Sackler sind alle nicht was Knusper. Aufgemerkt! Was denn? Rutsch mal in der Ecke hier rüber. Megamann! Der Klops kommt mir bekannt vor. Die Fresse ist optische Vergewaltigung. Mein Megamann, mein Megamann. Ich liebe meinen Megamann. Zweimal täglich. Ich finde, du solltest ihm den Megamann geben. Er könnte dafür zwei Wochen für uns kochen. Mein Megamann befinger nur ich. Ja, so weit kommt er noch. Besides, ich habe ihn gar nicht mehr. Ich habe ihn an einem topfsekreten Ort versteckt. Raffinierter Hund! Kapiert, Heinzelmann? Sockel den Dackel! Bitte! Freund Bommel, werde ich zeigen, dass Hongkong-Fui mein Idol ist. Megamann? Nö. Megakante! Sieht gut aus, nicht? Ich bin ein Narbe, du Röck. Ich bin ein Narbe, du Röck. Wenn ich deine Klamotten an habe, wird dein Kumpel denken, dass ich du bin. Und dann wird er mir den Megamann geben. Ah, shit! Ich bin's, dein Freund. Schlecht ist trotz dummer in die Putte, aber er hat keine trotz dumme Putte. Ach, du bist es. Komm rein! Ich finde, das ist ein guter Streifen. Und, was hast du mit dem Verlierer gemacht? Ungefähr das. Du kannst gut mit Leuten reden. Und jetzt werde ich mal sehen, was mein Megamann macht. Ich hole ihn her. Megamann! Juhu! Komm raus, du Schlängel. Wo steckst du? Ich kann ihn nirgendwo finden. Du hast ihn, oder? Hast du nicht alle auf der Orgel? Du hast ihn doch so gut verköchert. Vollhaus, der Pott gehört mir. Da ist mir auch ne heiße Luft. Hey, Schlängs! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir, rau! Echt! Keule, voll die Wunderbohne. Ein sprechender Schrank. Junge, ist es denn? Da brat mir doch einer. Da wird ja der Hund in der. Das ist ja ein verzauberter Spinnt. Wie im Märchen. Lieber guter Zauber-Schrank. Bitte sag mir doch, wo du den Megamann versteckt hast. Nein! Wow, Zauberei! Da ist der drin, da ist der drin! Schicks! Augen auf im Schrankverkehr! Und jetzt! Siehst du, dass ich der richtige Gips da bin? Ja, du bist meine alte Kumpelette. Aber wer ist der Mann mit dem englischen Oberhemd? Wunderbar, der Megamann! Endlich hab ich die komplette Sammlung! Die riecht nach Manchester! Nö, nix! Nö, iss nicht, Trottel! Ich habe alle Megamänner. Jetzt bekomme ich den Gigamegamann! Und der muss alles tun, was ich sage. Auf euch werde ich ihn zuerst loslassen, ne? Alter Zolli! Der ist ja völlig abgenebelt! Jetzt brauche ich nur noch die Formel für den Gigamegamann! Da ist sie ja! Kika, Kiko, Kiko, Kika, 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 Mega, Kika, Mega, Magamann! Ja, ja, ha, 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 ha! Du gehörst jetzt ganz allein mir und du musst alles tun, was ich sage. Hier ist mein erster Befehl für dich. Tritt sie zusammen! Tritt sie zusammen! Tritt sie zusammen! Ich nehme nicht gern Befehle an. Oh, wen haben wir denn da? Na, ihr zwei? Hallo! Hallo! Hättet ihr Lust, ins Kino zu gehen? Das wäre ja Krollo, aber wir haben kein Cash-Auf-Tisch! Kein Problem, mich hat noch jeder reingelassen! Freude, Freude, Freude! Ich bin doch euer Megamann! Kuh-Mell!